Hallo, mein Name ist Steffen Barth aus dem technischen Vertrieb der DUWE 3D AG und wir haben heute zu Gast Dirk Rieke Zapp, Produktmanager bei Hexagon. Und wir testen heute das neue Hexagon-Plugin. Hexagon ist einer der weltweit größten Hersteller von industrieller Messtechnik und nicht nur im Bereich stationär, sondern auch für portable Geräte. Und hier haben wir einen Streifenlichtscanner, den wir heute auch anschauen wollen. Unsere Firmen kennen sich schon seit bald 20 Jahren, beide hier unten am Bodensee verortet. Wir hauptsächlich dafür da, um Hardware für die Messtechnik zu liefern und dann die Polyworks-Inspektionssoftware damit zu verbinden. Zum einen natürlich ein Streifenlichtscanner von uns, den sind wir hier. Was aber ganz neu ist, ist das Plugin für die Polyworks-Software, um diesen Scanner direkt aus der Software bedienen zu können. Wir kombinieren hier zum ersten Mal das Beste aus zwei Welten. Zum einen Streifenlichtscanner, dann aber mit der Polyworks-Software für die Inspektion, um unseren Kunden einen möglichst einfachen Ablauf für die Qualitätssicherung zu geben. Wir haben wieder mal unsere universelle Software-Plattform erweitert, diesmal mit den Hexagon-Streifenlichtscannern. Wir können jetzt direkt mit diesen Scannern im Polyworks auch messen. Für Polyworks-Kunden bedeutet das, wenn er sich jetzt für so eine Anschaffung von neuen Hexagon-Streifenlichtscanner entscheidet, kann er direkt loslegen. Er braucht keine zusätzlichen Schulungskosten, höchstens eine Einweisung ins Gerät, aber das war's. Wir merken dasselbe ja immer, die Anforderungen und die Anfragen in Richtung Automatisierung steigt und durch die Kombination von den Scannern mit Polyworks haben wir eben die Möglichkeiten, die ganzen Serienmessungsfunktionen von Polyworks, sprich Messmethode, Makro, Messablauf-Editor, das Ganze abzudecken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.